Ohne Johnny hätte ich das Lager nicht überlebt. Jede Nacht, jeden Tag habe ich nur daran gedacht, wie ich zu ihm zurückkomme. Und als ich dann wieder hier war, da musste ich ihn einfach suchen. Der Wundkanal hier ist eine Schussverletzung. Die haben sie für tot gehalten, haben sie Glück gehabt. Du hast geerbt. Deine ganze Familie ist tot. Wo ist Johnny? Johnny hat dich verraten. Hast du mit ihm gesprochen? Wir sprechen nicht mit Verrätern. Johnny? Sie sehen jemanden sehr ähnlich. Wem? Meine Frau. Jetzt wo sie tot ist, hat sie Geld. Als sie noch lebte, hatte sie keins. Sie sollen meine Frau spielen. Dann werden sie als Überlebende zurückkehren und das Erbe antreten. Und wir teilen. Ich lebe und bin bald zurück. Gezeichnet Nelly Lenz. Haben Sie sie ihr gekauft? Glaube ja. Lenz ist so, als ob wir uns gerade neu kennenlernen. Neu kennenlernen, weißt du? Lenz, ich weiß, dass er sie liebt. Ich glaube nicht, dass er sie verraten hat. Und dann will er gleich an den Geld. Wie kennst du mich? Johnny. Wie? 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 Wie?